Salü miteinander! Salü! Möchtet ihr noch? Ja! Pssst! Schau, wie der Ottermatt oben herunter kracht und Eleganz dabei noch Bögli macht. Oh! Eingehängt! Nein, er ist noch da. Ja, sauber hat er die Kante genommen. Also, der Ottermatt ist sauglich weg. Ich meine, der Ottermatt kann ich auf dem Heimenberg. Der Prinz Andrew! Stopp, stopp! Ich hab alles genommen, gell? Ich fang noch mal an. Der Kampelmann Andrew Von Haus aus nicht ganz bache will nicht mehr zu weh, ich bin in Ferien machen. Dafür hat er sich im geheimen Sohn als Ersatz eine Hütte in Bernbiet genommen. Und er hoffst du mit ein Tätigeige, die gleiche Heideko besuchen und die Jungfrau zu besteigen. Seh, das Wernbiet macht er da neben uns jetzt wird er auch noch die Sahne mit uns Jetzt kommt ein schlimmer mit Verwünscht mit Frau Es ist ein Qual In der Werber geht es in ein Strip-Lokal Ist auch schon eine Lade-Vempi? Ich bin nicht im Raum, ich bin gleich wieder rausgegangen. Sie schreit sie schreit mich an wieder an zerschnitten. Was hätte ich sie auch geritten? Ich habe die Blumen in dem Foodi Schuppe wenn er ein Konto eröffnet bei drei fiesen Gruppen. L G B T Sterdli Q A S F Strich H I U I C N Plus B O K D Q Has H R N A C Ich bin beim Fass schreiben es ist eine Katastrophe voll mit dem Grint auf der Tastatur eingeschlafen. Nein, ich will nicht aus dem Bett gehen. Ich habe keine Lust, blieb lieber da. Alle sind blöd, gemein und fies. Keine Spät mit mir, doch ziemlich weiss. Mach jetzt keinen Scheiss, es wird sicher witzig. Let Krawatte an ULi, da wird die Bundeskontenz sein. Pssst No, der FCB hat auch der Federer eine Kampi gekon. Weiter in Basler Folge hat ich vernohlen. Steigst ins Odermatt-Tremli. Keine Läschle lieber gelaufen, da schüttelt so stark dass der Weitste ist zu offen. Da und auch der Minu kriegt eins. Da freue ich mich drauf. Das schiebt bestimmt nur von hinten auf. Ich frage auch die Tierschützer hier im Saar. Gell, Junge? Nein. Den kann man zeigen. Wir haben die Franzosen an der Ehe geputzt. Und ihre Gockelkind nicht nur mehr gestutzt. Lachen wir am Arsch bei Euphorie hier drin. Hau da ab! So, meine lieben Gründe. Es geht natürlich nicht. Aber da muss ich zuerst noch den Kamm landieren. Dann möchtest folgendermassen. Erzähl euch noch mal die ersten zwei Ziele. Und dann will ich folgend einen lauten Jubel hören und dann will ich mich dort mal vor dem Fernsehen. Ist gut? Hört mir das? Tipptopp. Wir haben die Franzosen an der Ehe geputzt. Wir haben die Franzosen unter ihr geputzt. Wir haben die Franzosen an der Ehe geputzt. Dank dem Sieg, das ist ja klar. Schlaufe, ich seid halt wunderbar. Ich hab vader von dem toten Viech per se. Jetzt sind wir in die Uwee. Ich bin in die Beine gespielt. Ich bin in die Beine gespielt. Hallo, Alter. Hallo. Sie sind alle Schnitzelbank-Fans. Ich hab mal einen geschrieben. Da fragt mich mein Zeitungs-Anni im Bett. Was ist los mit deiner Sterner-Lampe? Die kleine Heiri ist heute mit der Strickete keine Pelle-Kante. Wieso? Willst du Riesbley denn so spitzig? Spiel weiter in der Kanzel-Mann. Dann musst du mit deinen Steckpalmen abmalen zum Doktor-App im Haar. Ich muss dich offenbar. Mein Spitzfut macht auch Tamping-Schnabelwetzen. Und mir zum Totenwein. Mit jedes Wohlenrechts Sie werden kastrierten sinnvoll. Ich bedritte mich runter, Beggy Zweig.